Mr. Freakko Ja, hallo Leute Ich bin jetzt zwei Jahre bei YouTube dabei mit meinen Videos und anlässlich dieses Jubiläums wollte ich mich bei euch allen, meine Abonnenten bedanken und alle, die noch meine Abonnenten werden dass ihr immer kräftig meine Videos kommentiert, liked und was auch immer macht Spaß, ich werde weitermachen auf jeden Fall bei mir ist kein Ende in Sicht jetzt fange ich erst richtig an und ich würde sagen, viel Spaß mit den kommenden Szenen, haut rein Ja, hallo Na, alles fresh hier Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Together mit dem Soxel und mir Wir haben es ohne irgendeine Einleitung aufgenommen, einfach angefangen ein bisschen losgebrabbelt, deswegen mache ich noch mal vorher diese kleine Einleitung Boah, es wird schon Ich bin da sehr zuversichtlich bei Weiß ich noch nicht, so Level 6 Level 9 Ja toll Joa, das ist doch schon mal schön Es gibt so ein Server-Plugin Kraft-Book, da kannst du irgendwie Tore, Brücken und so weiter machen Da klickst du aufs Schild und dann geht das Tor zum Beispiel auch Haa, cool Hier ist doch schon wieder was weggebombt worden Hm Ich warte So, Wasser läuft Gut Oh, dass es schön aussieht Hm, dass das Wasser nicht an meinen Seiten rausläuft Ja Ja, herzlich willkommen hier bei Orcs Must Die Jo, herzlich willkommen hier wieder bei Battlefield Immer noch mit dem Soxe Wo mir, Mr. Freako Keine Zeit mit beschäftigt Haa, auf Dragon Wally Haa, er will euch nicht Ja, er hat schon direkt Panzer geschnappt Er will euch nicht Hallo sagen Ach, da bist du, alles klar Wow Scheiße Noch ein Schuss, ich bin down Ich will aber Nein, ich will Oh, Heli, Junge Oh Ist ja da Och, nö, ich wurde überfahren Oh, Panzer, Panzer Oh, Heli Mit einer Gesundheit, ey Immer noch Ab ins feindliche Gehege Oh Oh Oh, Sixo hat mich überfahren, ey Ja Herzlich willkommen hier Bei eurem Mr. Freako Mit einem neuen Game Und Rüber Genau Hammergeil So, ja Ich habe schon lange nicht mehr gespielt Ich bin jetzt erst umgezogen Und dann hatte ich erst ein paar Wochen Oder vielleicht sogar schon Monate Keine Lust mehr zu spielen Werden sie schön aufgestachelt hier Ja, mal volle Breitseite hier Alles hinknallen So Können wir noch einen, jawohl So Dass hier auch nirgendwo dran vorbeikommen Hier die Ratten Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Das ist natürlich doof Wenn man nicht aufpasst So wie ich Ach, komm, buddel ich mich einmal hier durch den Berg durch Ich hoffe, der war jetzt nicht zu groß Weiß ich gar nicht Ja Aua Das hat grad gepfiffen Gepfiffen? Ja Irgendwo Deine Sound-Dings da Meine? Ja Lol Bei mir war nix Ja, das hörst du ja auch selber nicht I need a glass, glass Mir tut mein Arsch schon wieder weh Oh, kauf dir nen Sessel Huch Huch, da hat's ja geschlektet hier Geschlektet? Ja Und ich würde sagen, wir machen kurz eine Kaffeepause Okay, wenn du das sagst Jo Jo, herzlich willkommen hier zurück bei Need for Speed to Run mit eurem Mr. Freako Oh yeah Heftig Schießt er hier auf mich die Sau Erwische den Rival Okay, also ich muss ihn jetzt fertig machen Richtig derb hier Was ist jetzt denn schon wieder? Nein, drücken Helmboost Für was denn? Für? Für Ram So, wo waren wir denn stehen geblieben? Gülle Loch Und ja, wie ich sehe, guckt ihr euch auch die Videos sowieso nicht so viel an So viele Leute gucken sich das sowieso nicht an Sieben Die Dinger Was machen die nochmal? Die machen sowas dasselbe eigentlich, ne? Oh, Alter, ist das hier am rumlegen Wo sind sie denn? Ach da Ey, ich treffe die noch nicht mal hier Diese Rotz-Schafschützen Kommen wir zumindest so vor, als wenn ich sie nicht treffe Ja, herzlich willkommen hier bei eurem Mr. Freako Ja, dann laufe ich mal hier irgendwo ein bisschen durch die Gegend Ah, es lebt Geht doch, das ist doch schon mal gut Was soll ich damit jetzt machen? Oh, wir sind jetzt hier echt beim Endboss Und ich habe keine Ahnung Mit einem Leben muss ich hier irgendwie durch Ach, scheiße Man sieht das auch irgendwie nicht so richtig Dann crashen wir hier nochmal schnell durch Müsst ja jetzt hinhauen, ey So, jetzt kommt ja dieser Behinderte, ey Den hasse ich auch schon So dermaßen Scheiße Genau deswegen hasse ich den Den machen wir auch fertig wie sonst was Wie ein Mettbrötchen Machen wir fertig wie ein Mettbrötchen, echt Yes, ich will die Granate aber trotzdem noch haben Ich will ihn abwerfen Oh Scheiße, was ist das denn? Sie haben den Ausbilder gefeuert Auf den Ausbilder gefeuert Scheiße Alter, da schießt schon einer auf mich Fuck man Was für ein Wichser Ist der blöd oder wat? Die ferne Quelle Scheiße, was geht hier denn ab? Machen wir das viel Ah nein, weg 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 Uiuiuiui Rauf, 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 rauf Rauf, 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 rauf Weg Scheiße, da sterben alle Freakuuu Dann wollen wir mal rein hier ins Vergnügen Achtung Gefahr Sogar mal was in Deutsch hier Ha, wen hat er Ach du Scheiße, wow, Panzer Uh, fuck, 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 fuck Diese kleinen Drecksviecher, die kommen hier nicht durch Ihr blöden Banausen, nein, nicht mit mir Da 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 Bei Let's Play Planes Für jedes Alter bin ich da Schnapp dir die Toroidalwirbelkanone Toroidal? Die Toorowirbel was? La 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 Eine schöne Flugreise hier Schneehaufen wegräumen, okay FIFA 14, Demo Und Oh yeah, Baby Ach, Spielende Ich hab gar nicht einen Abpfiff gehört Die Welt sieht schon mal so, ja, so ein bisschen düster Oder, ja, so, hm Ja, mir geht's nicht gut, ja, wo ist er denn? Papo und Jo Ja, weg ist er, top Wieso liegen hier denn überall Bälle, hat er sie was zu sagen? Bam, na? Hä, was willst du von mir? Das Infovideo, also zu meinem Uploadplan eher, also, Infovideo zu meinem Uploadplan Jetzt wissen wir ja Bescheid Oh 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 Fuck Ich hab was hier denn, ey, schon wieder so eine Schlucht Können die nicht mal ihre Häuser an vernünftigen Stellen bauen? Komm schon, oh, keine Munition mehr, fuck Jo, hallo Leute Euer Mr. Freako hier Wärts gedacht, ich seh total scheiße aus Ich weiß, ihr seid die geilsten und neun Monate auf YouTube rum Tja, so seh ich aus Geht doch, ne? Ich hab hier ein paar merkwürdige Leute erstellt Hier so ein XD hier Bin ich zu blöd oder was? Irgendwie, weiß ich nicht, wie ich das leiser mache hier Wenn man was abschießt Auwe Man, die Kühe sehen aber süß aus Aus dem Weg Der Freako kommt Bei FIFA 14 Ultimate Team Aber irgendwie einfach keine Lust mehr Darauf Ja, geh da weg, du Feuer Alter, wo sind wir hier? Bloß gelandet, ey Voll das Labyrinth Können wir die wieder zurückballern irgendwie? Naja, falsche Richtung, aber egal Ah, toll Na Jetzt hab ich doch schon wieder Scheiße gemacht Skrids Denk ich mal, dass man's so ausspricht Zack Oh, hey, hey, was ist das? Was? Was ist denn Shop? Irgendwelche coolen Dinge Gefällt mir So, Mr. Freako Bei meinem ersten Vlog Jetzt hab ich noch genug Spiele Was ihr da noch sehen könnt Das ist, finde ich, unnötig Ja, das wollte ich eigentlich mal gesagt haben Ich hab bloß keine Ahnung, wie ich das machen soll hier Die ganze Scheiße Oh, Scheiße 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 Oh, Mr. Freako Wir können uns jetzt bewegen Boah, Junge Wiii Tolle Nacht Für ne Party Ja, Sternenpower Kann schon schön platt machen Die Banausensau hier Und das haben wir auch schon Fertig Also voll auf die Fresse Mitten rein Bei Need for Speed Rivals Wie man sieht Von der Farbe her Mit ein paar Rallysstreifen Auch geschockt Und Fetzen irgendwo rum Ja, gestört Meine Sachen hier Heftig, deftig Ey, meine Fresse Zweiten Freak Vlog Frohe Weihnachten Ich bin gerade erst aufgestanden 19.30 Uhr Bin so um 19 Uhr mal aufgewacht Und dann grüße ich natürlich noch Meine Abonnenten Ah, Freako Natürlich muss ich jetzt gerade Das Nunchuck anschließen Das wusste ich vorher nicht Spielzeit 12 Sekunden Habe ich doch noch gar nicht gespielt Sehr komisch Der meint uns Ach, Scheiße Ja, boah Ach was Sach bloß Ein Schlabermäuchchen Hier bei Mr. Freako Mal verliert man und mal gewinnen die anderen Boah, steile Kuri, ja Könnte nochmal spannend werden Wenn ich jetzt nicht Erster werde Ja, meine geilen Schlabermäuchel 2014 Bericht an 1 Frohes Neues, meine geilen Banausen Na los Dann wollen wir mal Das reicht, hast du Hunger? Äh, großen Hunger, ja, top Hier wurde geschossen anscheinend Ziemlich deftig Oh Gott, die Irren sind frei Schöne Bude hier Woah, Waffe, Hilfe, ah Bis jetzt sieht es doch scheiße aus Er ist noch dran Im Gegenverkehr sollte man wohl nicht fahren Oh, ich dachte das würde zerbrechen Na kommt, meine geilen Schnittchen Scheiße, kein Geld mehr, egal Ich hab das Spiel noch nicht gespielt Wölfe, what the hell? Okay, dann komm mal her, mein geiler Gun Uh, uh, uh Uh, uh, uh The Rambo is a video game Controller festlegen Uh, huh, wie? Woah, fuck man Nachladen, wie lade ich nach? Ah, so Komm, laden nach, Digga Oh, das dauert so lange Scheiße Deko Oh, scheiße Ladehemmung Nein, ich hab ne Ladehemmung Gefällt dir diese extra Dosis, kleine Fledermaus? Nee, nicht unbedingt Jetzt kommt der kleine Banause hier noch Locker weg mit dir Wuhahaha Oder was, einmal runterjumpen? Ich mein, das glaube nicht Greif mich ja gar nicht an Ach so, Elektrizitätsdingens, ja Eine Herausforderung Den schafft man so nicht Okay, wir müssen also oben lang Wie es aussieht Scheiße, natürlich Warum ist der Frico? Frico, Frico, Frico In der letzten Folge sagte ich ja, dass ich meine Refarmlinung wechseln will Dass ich die andere nehmen will Die besser funktioniert Aber hab ich immer noch nicht gemacht Oh, oh nein Das kann doch nicht sein Was war denn da jetzt im Weg? Weil, äh, ich jetzt krank war Fast, fast ne Woche Mal mal schauen, was jetzt kommt hier Ach, zu spät wollen die mich verkackeiern hier Kriegen wir doch bestimmt wieder nicht hin Töten wir wieder alle hier aus Versehen Jetzt haben wir dicke Waffe hier am Start Endlich mal wieder rumballern Haaa, nicht so laut Kleiner Jude Na komm, 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 komm Check ich jetzt nicht, Leute Hier ist doch 0 Meter Wow, weg mit dir Das war knapp Weggebämmst Als Schnuppe, nehmen wir das doch gleich mal Schnuppe, sieht richtig räudig aus, aber als solls Nein Warum Und nochmal Jawohl, ihr blöden Bastardos Sehr gut Wie er durchdreht, Alter Der schreit hier richtig rum, ey Bisschen Quatsch labern Einfach unnützes Zeug, wie immer, ne Ich hab ja noch so viel auf der Wii, was ich hier gar nicht gespielt hab Ich hab die Spiele hier, aber ich hab's nie gespielt Aus Fehlern lernt man oder auch nicht, ne Den Panzer hier, jetzt Zermalm ich die ganzen blöden Wichser, die mir so ein Light hier angetan haben Ah, da ist er! Finale Shut Ich hab den Story-Modus durchgezockt Mann, ich dachte, das wär schwer Kenn ich gar nicht, die Marke Marussia Event verlassen, oh Nein, jetzt hab ich Event neu starten gemacht Na komm, wallern wir mal ein Nagelband dahin Ach, die sind ja alle vor uns, ne Scheiße, bringt ja gar nichts Poison Ivy Mit ihre vergammelten Dreckspflanzen, die hier überall Ja, da müssen wir hin, schön Aua, Mann Ey! Mach ich mal ein paar Security-Männer hier kaputt Ich guck mal grad hier Wikipedia Ja, die haben hier schon alle einen bekommen und ich nicht, oder was? Ich muss einfach da hinlaufen Puppe, wo ist hier ne Puppe? Ach, da Bam! Ja, Leute Das ist Call of Duty Let's zock, wie ihr im Titel seht Scheißegal, auch wenn ich jetzt Scheiße spiele, ich lad's trotzdem hoch Ah, er hat mich weggekickt Ah, das war nur so ein Specter Ja, ihr seht richtig Bodenfalle, irgendwas Geiles noch Keine Ahnung, Deckenfalle Ich treffe nicht mal irgendwie, kommt mir grad zuvor Die Ratten der Lüfte Einmal ein bisschen hier versuchen Mal gucken, ob das überhaupt machbar ist Ich hab keine Ahnung So, was hab ich? Ja, kein Platin Ich dachte, ich mach hier mal ein bisschen was auf Platin Das ist doch nicht so einfach Okay Ich glaube, dann lassen wir das doch erstmal sein Absprung hinkriegen Jawoll, nehm ich mit! Ach, guck mal, nehm ich, ich fliege, ich gleite Wieder ein neues Spiel hier Und zwar Warface Ja, ihr habt es vielleicht schon erkannt, wahrscheinlich auch am Titel Wir fanden es so geil und wollten das unbedingt zocken Hammergeil Ja, gut, das war vor zwei Jahren Ich kann eh nur zwei Klassen auswählen momentan Entweder hier den Sniper oder diesen, ja Die anderen Banausen hier Er schießt immer weiter, jo Entpiles auch nicht Gibt's da was umsonst oder was? Oh, ein bisschen schießen hier Treffen ja eh nix Scheiße Hier, noch mehr Granaten für euch Das Gegner? Ja, Alter, warum laufen die denn hier rum? Kapier ich nicht Na toll, laufen sie alle weg Schön, aber was ist hier denn los? Oh, ihr Idioten, man Ich hab doch hier einen Schnelleinsatz, ihr Vollidioten Fahr-Scheiße, Fahrzeugschaden, leck mich doch Yo, moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Freak-Vlog Jetzt guck ich eine, guck sogar schon blöd, dass da draußen Enten rumlaufen Wir sind richtig naturverbunden hier Moin Leute Ich überlege, was ich zocken könnte Ich hab schon überlegt, ob ich wieder Minecraft anfange Tort, tot, tort, keine Ahnung Det, 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 det Immer diese freaky, meaky Musik, ne? Alter, ich drehen, wie gesagt, die drehen alle durch Oh, scheiße, jetzt fetze ich auch noch hier Junge, wie er vomfetzt Einfach nicht mehr so geil Klar ist sie auch noch gut, aber Na gut Oh, shit Ja, das hab ich jetzt auch gemerkt Ey, ich kann doch da rüberspringen, oder nicht? Warte, ich kann doch wohl da rüberspringen Das muss doch gehen Moment, ich kann da rüberspringen, glaube ich Okay, ich kann da nicht rüberspringen, Leute, geht nicht Ja, ähm, ähm, Camcorder Hab ich mal hier aufgestellt Da hab ich schon zwei, drei Spiele gemacht Relativ schlecht Fuck Ah, Leute, ist ja herrlich wieder auf meiner Zocker-Couch hier Gut, ein Wurf Von der Ecke hier ist er auch wieder richtig räudig, komm Boah, weg mit dir, Mann Das kann wohl nicht wahr sein, was du hier versuchst Versuchst doch nicht Erster zu werden, oder? Jetzt Jetzt ist unsere Chance Oh, und warum fahr ich da wieder rein? Okay, er wurde getroffen, aber wir kriegen ihn anscheinend doch nicht Komm schon, jetzt sehen wir's Oh nein, Mann, und die Bombe Ich seh schon diese Rotzbombe Komm schon Nein, wieso treff ich denn? Wie, was ist denn jetzt hier los, Mann? Das kann doch schon wieder nicht wahr sein, was hier hat passiert, Leute Ja, hallo, meine geilen, spielesüchtigen Freunde Anscheinend wird jetzt schon direkt hier knüppelart verbunden Geht doch eigentlich recht fix Naja, gut Könnte schneller gehen, klar Alter, wieso seh ich hier keinen Gegner mehr? Evie ist hier voll viel Action, aber Ich seh keinen Ah, shit, ich werd beschossen You need for speed, hold pursue Einen legendären Freaker da raus Eigentlich ist der am besten, ne? Von der Robustheit und Aber irgendwie Tört mich der an Bloß nicht Bloß nicht da wieder gegen Und ich fahr doch gegen Ich blödkopp Wir fahren die mal da unten lang Ich find's hier oben irgendwie schneller Muss ich ehrlich sagen Oh, shit, okay Ja, wenn sowas passiert natürlich dann nicht, ne? Ich glaub, ich fahr mal hier links, oder? Ich weiß nicht, was es bringt Ah, ich glaube Ist eigentlich scheißegal, wo ich langfahre Yo, moin, Leute Argentinien Na, den wollen wir nicht unbedingt bei uns haben So, Griechenland Ja, die sind ja schon länger weg LV So, den knallen wir mal hier hin Bam Jo, verschlechtert Was ist das für ein Scheiß? Seit zwei Wochen hab ich das hier nicht mehr gespielt Aber ich hab FIFA gespielt Oh Trials Fusion Was müssen wir denn da machen? Sag es mir Ich bin erster Platz Wuhuuu Ich bin wahrscheinlich auch der Erste, der die gefahren hat Oh, da muss ich rauf? Was? Alter Wuhuu Hier können wir schon einen guten Sprung machen Alter Scheiße Jetzt häng ich drin Oh, Ruhe hier Habe ich irgendwie verklickt oder was? Was ist denn das jetzt? Jo, wahrscheinlich, oder? Zu zweit Hahaha Lustig Scheiße, Mann Wir haben nichts mehr Warte ab Scheiße Meine Munition ist ab Messer Schütze ist getroffen Ich bin schon ganz schnell fertig hier mit den Nerven Aber wenn ich jetzt hier so krüppelig sitze, dann krieg ich schon wieder leichte Rückenschmerzen Oh nein Stefan Rabter im Auto Mann, Kacke Jawohl Zwei zerrissen hier Ne, das wurde vorher nicht angezeigt Kannst du mir erzählen, was er wollte? Wollen wir mal gucken Gucken, gucken, gucken Gucken Ja, mal gucken Haben wir Wuhu Ich kann es anscheinend doch Oh, ach du Scheiße Ach du Scheiße Nein Oah Specter Specter Inspector Gadget Ja, gewinnen wir es endlich mal Ich freue mich Auf jeden Fall Endlich mal Diesen Shit Lamborghini Gallardo Oh yeah baby Junge was Alter, mich fliegen die denn hin Oh toll, ich fahr auch noch rein Ich fahr mal hier lang Oh, sogar gut durchgekommen Oh, Pümpel Bam Auf gehts Junge Schaffe ich es noch nicht mal Mann bin ich blöde Sex Lady Thompson Grundausbildung geschafft Wuhu Okay, zuhören Sind aber noch Plätze frei Heute sollen wir auf einer Spezialmission Kaffee und Donuts besorgen Das Problem ist Die Deutschen haben allen Kaffee getrunken und alle Donuts gefressen 被cher Bin ich hier im Loch gefangen Wissen wir das Komm schon Ah Ääääääääääääääh Alter wie alles zerfetzt Ach, die Blume ist jetzt kaputt gegangen. Scheiße. So, ich... Nicht ins Feuer, nicht ins Feuer! Ihr Blödköppel. Oh mein Gott. Was soll das sein? Ein Kuchen oder irgendwie so ein... Keine Ahnung. Monolith des Zankes. Sagt mir trotzdem nichts, was das sein soll. Nektar. Holt euch diesen leckeren Nektar. Können wir das nicht... Was war denn das? Wir haben doch irgendwas freigeschaltet. Aber der ist dann... Ist irgendwie nicht hier. Ich werde hier richtig zerberstet, ey. Irgendwie juckt meine Nase. Und die ich immer am Katzen bin. Das ist echt voll die Ablenkung. Das HDP-VR. Die nervt mich auch irgendwie langsam. Derbst. Wenn das hier jetzt noch öfter passiert, dann... Schmeiß ich die bald aus dem Fenster, ey. Wie sieht er denn aus? Ach so, ne Frage. Kommt schon die nächste Truppe. Ach du Scheiße. Alter. Weg damit! Granate weg. Oh, ich... Scheiß, wie ging denn das? Shit. So. Drecklauch, ey. Ach komm, holen wir mal die ganze Armee raus. Was soll's. Nehmen wir hier noch eine Blume mit. Oh, so viele brauchen wir da auch nicht. Du musst versprechen, mich beim nächsten Mal mitzunehmen. Versprich es! Hehe. Okay. Immer muss ich. Und zwar an der Breakneck. On Bonanza Tour. Das hört sich doch ratten scharf an. Ich glaub, unser Fahrzeug reicht schon gar nicht mehr für diese Banausen. Oder ich stell mich nur noch ein bisschen blöd an. Kann natürlich auch sein. Kommt... Ist aber hart dran, der Banause von hinten. Go, go. Unser geilen Freaker Mika. Und... Was mach ich nur? Nein! Weg! Oh nein! Wunderschön. Oh nein, nicht da runterfallen. Nein! Oh, scheiße. Es ist immer noch ein enges Rennen. Zwischen Baby Peach und mir, ne? Dem Freaker. Jetzt versuchen wir in Liga 1 aufzusteigen. Das ist das Ziel dieses Let's Plays. Wir kämpfen uns. Ja, wir sind halt noch unerfahren und noch luschig. Na gut. Ja, Schönheim. Von der Fitness her schon richtig reudig. Erstmal vorläufig. Wir wollen erstmal nur ein Team zusammenstellen, damit wir jetzt anfangen können zu suchten. Ah, das wird nichts, Leute. Ich bin am Zug hier. Ich sag's euch. Ich gehe ab wie sonst was. Ihr seht ja, ich kann auch ganz normal zocken hier die neuen Games. Alles läuft doch perfekt eigentlich. Ja, gut. Bis auf so ein paar Querulanten, die mir das Leben hier schwer machen. Kritisch, kritisch. Meine ganz Kollegen sind schon, sterben ja schon hier. Schnell. Einfach gehen. Einfach laufen. Ich weiß jetzt zwar nicht wohin, aber... Wo sind wir hier? Alles kaputt. Jawoll. Und tschüss. Bam. Oha. Das war, glaube ich, nicht so gut. Liegt der da jetzt noch? Sieht ja noch ganz normal aus. Müssen wir richtig Gas geben. Und... Wuhuhu. Aha. Ich dachte, es passiert jetzt noch irgendwas. Zieh deinen Glücksparker an. Okay. Mach ich doch. 10% wären bei 36. 3,6. Ist ja lustig. Ähm, ja. Was ist passiert? Nicht viel. Wir haben ja noch einen vernünftigen. Zack. Ach du Scheiße. Okay, will keiner mit uns spielen. Haben sie alle Angst vor uns. Mann, die sind ganz schön schnell, diese komischen Bongo-Bingos hier. Oft klappt. Aber diesmal nicht. Alter, rammelt er mich da weg. Tee. Banause. Oh. Ach, da sind welche in der Bude. Scheiße. Oh, voll schwer zu steuern, die Scheiße. Ach, jawoll. Die werden fertig gemacht. Sehr gut. Ja, wuhu. Jawoll. Alles wird zerfetzt. Von so deinen geilen Helfern. Zack. Ab geht's. Power. Junge, die Karren zerfetzen hier alle. Da können wir ein bisschen Energie absaugen hier. Das ist auch ganz geil. Oh, Alter. Die hauen aber auch rein hier, ey. Meine Fresse. Holen wir erstmal ein paar rote. Keine Ahnung, ob wir die überhaupt brauchen. Alter, was geht hier denn ab? Na, dann mal los, meine lieben Banausen. Ach, sehr schön. Haben wir aber wieder eine schöne Tomate gefunden hier. Nein, weg da. Ah. Hilfe. Lippenstift. Ach, die Scheiße. Marios Piste mal wieder zum 8. 3. 80. Mal. Du kannst Bananen werfen, wie du willst. Du kriegst mich nicht. Nein, du kriegst mich doch. Verdammt. Komm, ich krieg dich. Bäm. Weggefetzt. Genauso ist das geil. So, mal wieder. Doppelkong-Schikane. Zum 3.875.593. Mal. Gut, sodass es nicht so schlimm aussieht, wie es eigentlich ist. Ja. Das ist nämlich schlimmer, wie es ist. Vor einer halben Stunde habe ich mal ein bisschen kurz das erste Level gespielt. Ich dachte, what the fuck, was ist das? So, shake the Wii Remote. Okay, wir müssen shaken. Also, wie man sieht, ist das schon ein richtiges freaky gespielt. Passt mal wieder zum Mr. Freako. Man. Granate hinpfeffern. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Oder nee, das war ein Kollege, wa? Scheiße. Nein. Oh Mann. Ich... Ach, da oben. Oh, shit. Die hängen ja überall. Ah, okay. Neo für uns wieder. Der Banauser. Junge, Junge, Junge. Der geht mir mal richtig geil in die Höhle rein. Und machen die dann mal alle richtig fertig. Oh, da ist Mammutkäfer am Start. Rauf damit, Gebrüll. Was haben wir hier? Oh, so eine Dreckspin. Aha. Okay. Aha. Da habe ich bloß vergessen, die Facecam anzumachen. Ich blödkopp. Wo sind denn meine Stürmer schon wieder hin? Mal aufpassen. Der könnte auch ein richtiger Profi sein. Und hat extra so eine Luschenmannschaft genommen. Zack. Ah, Ecke. Nee, doch keine Ecke. Was? War das jetzt nicht Ecke? Okay. Anscheinend nicht. Initial Level 18 oder Stufe 18. Oder Rang 18. Alter, was? Voll weggeglitcht hier. Ich weiß, weil ich bin halt nicht so gut, ne? Eine Drohne ist schon gut für mich. Ah, da bin ich bloß ein bisschen krippelig rumgejumpt. Rang 20. Wuhu. Mann, bin ich hart. Oh, shit. Aber ich lebe noch. Das ist ja ein Wunder. Ich wurde getaggt. Alter, brauche ich hier einen fetten Pickel, ey. Scheiße. Zehnte Frage. iPhone oder Samsung Galaxy? Also Nokia, so scheinbar. Zwölfte Frage. Subray oder KFC? Ich war tatsächlich noch bei beiden, noch nicht. Ich habe hier ein Subray um die Ecke. Bin aber noch nie hingegangen. Frage 20. Zocken oder Skaten? Ja, mit Skaten habe ich nichts am Hut. Ich zocke lieber. Ganz klar. In der Top 15 Zeitfresserliste 2014. Ja, Platz 15. Auf Platz 12. Auf Platz 9. Auf Platz 6. Aufs Treppchen. Hat's geschafft. Und auf meinem Platz Nummer 1. Die Höhle. Genau. Saug den Dreck weg. Wow, du Ratte. Sexy Sushi, aber dreieckig. Ih, was ist das? Eine Bratwurst. Geil. Okay, jetzt hier so eine Rostkacke hier. Ein bisschen unbenannt hier. Hier den Penetrator. Ach, das war ich, ne? Yo. Scheiße. Nein. Haben wir es jetzt? Vorbei oder was? Kann man nicht mehr bewegen? Ah, jo. Scheiße. Verloren oder was? Oh, ganz schön weit gekommen. Nicht schlecht. Hätte ich's nicht gedacht. Komm, lauf, 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 Junge. Lauf, lauf, lauf. Du schaffst das. Alter, ist der schnell. Nicht schlecht. Flinke Hände? Okay, cool. Weiß nicht, was das sein soll, aber... Hört sich gut an. Alter! Boah, Alter. Ich weiß nicht, was das ist, 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 was